... ... ... ... was sind heute los hier ich gehe mal hier ein bisschen durch und was ist mit mir passiert ich werde mal nachschauen in dem ich immer durch die gegend gehe wo bin ich ich bin wieder zurück in der welt was ist mit mir passiert ich fühle mich plötzlich so anders ich weiß auch nicht was los ist was was ist mit mir passiert was ist mit mir passiert gestern abend ich habe irgendwas getrunken gestern abend dass man zaubertrank und was ist mit mir passiert als ich den zaubertrank getrunken habe der zaubertrank hat mich irgendwie in eine andere figur verwandelt scheiße was soll das alter was soll die scheiße warum bin ich plötzlich so alter was soll das alter muss ich wohl damit leben hallo meine süßen wer 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 bist du 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 hörst dich an wie läuft es du bist aber nicht läuft warum hast du dich so komisch aus ich kann es mir nicht erklären es ist einfach so passiert wer weiß dass du es bist du gibst uns manchmal auch was was ist denn jetzt los was mache ich jetzt verdammt noch mal alter ist nur jetzt passiert alter falter der panda da oben der kennt mich da nicht da oben immer hallo du da hallo 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 ja was ist kennst du mich noch ja natürlich kenne ich dich alter bist du das echt alter alter was soll das warum siehst jetzt aus ich habe einen zaubertrank getrunken gestern und da hat es leider nicht mit kanzler nicht mehr rückgängig machen so eine scheiße kannst du mir helfen kann ich leider nicht du musst also so bleiben für immer die kann das sind einfach nur niedlich hier die wissen gar nicht was denn geschieht was ist hier unten los vielleicht kann ich da sind dass ich wieder zurück verwandelt werde ich weiß auch nicht warum ender mann ei ender perde und dann aber Alter, kann ich das akzeptieren ich weiß es nicht ob ich es akzeptieren kann was ist nur los was ist nur los mit mir für mich sind alle gleich aus hast du probleme dann geht doch so weisen vielleicht kann ich dir helfen dass es dir besser geht eventuell ja dann gehe ich mit zum weisen bim ich weiß nicht was sonst mit mir ist alter ich kenne die bombe in vänisch also live im vänisch hier stand doch mal einer bist du hier wirklich mag oder besteht hier das würde ich auch gerne wissen ich weiß gar nicht mehr wer ich bin ja hast du ein anliegen warum du hier unten bist du bist ja unsichtbar erklär mir warum ich hab ein problem ich weiß auch nicht warum aber ich sie irgendwie ganz anders aus kannst du mir dabei helfen bei was genau das musst du mir mal sagen ich kann dir sonst nicht helfen warum ist das ja unangenehm macht euch da nicht immer unsichtbar der kranke partner ganz schön was du bist ja ich kann es spüren du bist zwar immer noch selbst läuft aber aber ich kann nicht erklären warum du plötzlich anders bist du hast doch ein trank getrunken gestern hast dich verändert und warum zeigst du dich nicht das ist mir zu peinlich das ist doch nicht peinlich ich bin hier der satanistische oberste führer der panda von den ganzen hier macht machte ich doch nicht heute doch etwas milch alter ist mit dir passiert ja jetzt kann ich verstehen warum du dich unwohl fühlst aber du kannst dabei nichts machen wenn du dich da wenn du diesen trank genommen hast dann kannst du nichts machen so peinlich das kannst du mir echt nicht glauben das kann ich dir glauben das ist doch kein problem dann bleibt das halt so wenn du es gut findest ja ich finde es im prinzip gut aber es ist mir so peinlich kannst du mir erklären warum das ist ganz einfach du hast dir mal was angeguckt weil es so eine person hierher gekommen so eine person her gekommen hatte den trank gemischt ich habe es gesehen dass sie mich als euch schnauze halten aber hinterher was ja was hat er gesagt dass du dann verwandelt wirst das hat er gesagt warum hat er das denn gesagt kannst du mir das bitte mal ganz genau erklären will keine ahnung der hat zu mir gesagt du wirst dich in irgendwas verwandeln was du dir mal angeguckt hast ok hallo verbrando ja weil ich da mal bock zu hatte deswegen hier weil ich da einmal bock zu hatte ich zeig es dir hier das mache ich für diese eine das ist zwar ein stream aber es ist eine episode die ich gleichzeitig noch heute mache gleichzeitig eine episode hier heute klappt ja auch gar nichts mann du kleiner zurfer bist ein richtiger bastard so so na hier guck mal ganz genau hin hier deswegen ich wollte es einfach nur so aus spaß machen ich wollte es einfach mal so aus spaß machen ja ich hatte mal bock dazu das zu machen einfach so aus spaß ja aus spaß verbran und so 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 ja stimmt ja stimmt ja 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 und wim hast du mir noch was zu sagen ja hab ich überlegst du es dir beim nächsten mal anders zu machen auf Twitch ja dann mache ich es anders ist nur für heute ja dann hoffe ich es auch denn ich wollte dir nur sagen du siehst irgendwie sehr gut aus oh danke er schweichert mich richtig aber bitte mach mich nicht pervers nee pervers mache ich dich nicht ich bin der panda hier der dafür sorgt dass das nicht passiert oh wim du jagst mir angst ein alter ich hab angst man wim äh äh wim ja ich kann dich trotzdem sehen meine dämonische kraft ist hier äh schon bin ich ein faden verloren scheiße aber was ich dir sagen wollte ich sorge dafür dass keiner versaut wird hier auf dem server und dass alle so vernünftig bleiben wie die sind und warum hast du den selben namen wie vim ja ganz einfach ich bin sein dämonisches Gegenstück ein panda als ein dämonischer panda und wenn du damit nicht klarkommst wie du aussiehst dann bleib weiter unsichtbar stell dich auf finish und dann ist okay äh das musst du auch mal raus hab zu viel bambus gefressen gestern du hast es doch gestern vergessen du warst hier eigentlich auf dem server und hast scheiße gebaut du hast mir viel bambus gegeben ich hab Bauschmerzen wie Sau und hier unter den Rasen hab ich weiß versteckt eine Truhe und da sind viele Sachen drin die ich zurück verwandeln aber das wirst du nie finden versuch das dann so zu machen wie es geht ja mach ich ok dann versuch wieder du selbst zu werden kann ich dir nicht versprechen hehehehehe dann bis später bist du immer noch neu bitte? ja natürlich auch wenn ich anders aussehe bin ich immer noch dasselbe ok dann geh mal weiter hab ich dir nicht gesagt hab ich dir nicht gesagt er wird dich immer hab ich dir nicht gesagt dann dann mich findet keiner bin unsichtbar bin unsichtbar oh 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 das ist geil was ist los geil was ist los stand ok oh geil wo bin ich jetzt und bei wem war ich vorher ich hab ja lolbit eingenommen aber wirklich eingenommen boah schön alles oh lecker oh lecker oh geh aus meinem körper nein geh ich nicht geh aus meinem körper nein nein tu ich nicht du wirst du wirst verdammt sein in aller ewig kalt mit mir rumzulaufen in aller ewig kalt in aller ewig kalt es guter körper hehehe oh 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 du oh 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 Ah, tut mir leid. Oh, jetzt bin ich mit sich. Was ist los? Gib mir meinen Körper wieder. Nein, vergiss es. Den behalte ich jetzt. Meine Freunde haben dich eingenommen. Nein, ich will das nicht trinken. Oh, jetzt hab ich ihn endlich wieder los. Diesen Idioten. Wenn ich das Zeug trinke, um unsichtbar zu werden, dann kann ich es wieder aushalten. Wie geht das denn? Kannst nicht erklären. Die ganze Zeit. Komm, gib dir nen Rock. Halte es mal heute aus. Gib dir nen Rock. Ja, okay, mach ich. Ich halte es heute mal aus. Oh. Okay. Ich versuche es auszuhalten. Wie soll das denn funktionieren? Ich weiß es nicht. Oh. Wie soll ich es denn ausprobieren, dass ich es aushalte? Was soll ich denn ausprobieren? Du bist unsichtbar. Ich konnte euch nicht mehr sehen. Und du mich auch nicht. Ich konnte euch nicht mehr sehen. 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 Ich mach mich wieder sichtbar. Es hat keinen Sinn. Ich kann euch nicht mehr sehen. Hilfe, ich muss mich hier irgendwo eingraben. Hilfe. Und ein bisschen was mit TNT zu stellen. TNT. TNT macht mich immer so heiß. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oder ich mach es mal... Ja, ich muss gucken, was ich noch mache. Und wo genau? Zeig mal, wo bin ich so schnell. Da unten? Alter, geil. Boah, cool. Boah, geil. Das sieht richtig cool aus. Muss ich sagen. Alter. Geil. Das sieht mega krass aus. Extrem krass. Mega cool. Boah, alter. Mega krass. Was... Boah. Ding. Ding. Y pressures. Ding stand. Ding. 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 Untertitelung des ZDF, 2020